Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich arbeite heute wieder mit Resin, also mit dem Epoxy Tarts und ich bin gerade noch am anmischen. Falls ihr fragen solltet, ich habe wieder das Resin vor Dekor genommen und für mich halt aktuell wirklich einfach das Beste, was ich halt nutze, da muss ich auf weniger achten und kann mich mehr auf das konzentrieren, was ich halt dann gieße und dadurch, genau, also es gibt natürlich noch ganz viele andere und ich werde bestimmt auch irgendwann mal da so ein bisschen das auch mal ausprobieren, aber wie gesagt, aktuell habe ich eben das hauptsächlich und bisher auch nur und ich habe neue Farben, ich habe auch neue Formen und ihr seht schon, meine Leidenschaft der Elefanten ist wieder durchgekommen und dann aber eben auch nachtleuchtende oder dunkelleuchtende Farben und die fand ich halt richtig spannend, wobei ich es halt auch richtig spannend finde irgendwo, also ihr werdet es auch gleich sehen, wenn ich es gieße, dass eigentlich nicht zu erkennen ist, welche Farbe das ist. Also es sind zwar unterschiedliche Farben, also ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich halt die Deckel nie vertausche, weil sonst kommt da was anderes raus und für mich war es jetzt erstmal spannend, wie viel muss ich vielleicht nehmen, vielleicht sollte da auch weniger genommen werden, keine Ahnung, hatte ich noch kein Gefühl für und habe mich also dementsprechend einfach mal ausprobiert. Auch den Elefanten, klar kann man sich da jetzt mit einem Pinsel hinsetzen und die einzelnen Objekte des Elefanten halt ausformen und aber auch den wollte ich einfach erstmal ausprobieren, wie sieht es aus, wie kommt das vielleicht auch rüber, wie hole ich ihn aus der Form raus, also einfach mal so ein bisschen, ich wollte euch mit diesen ersten Eindrücken einfach auch mitnehmen und dann einfach mal zeigen, wie kann sowas halt auch aussehen, also wie gesagt, jeder macht es ja auch so ein bisschen unterschiedlich, der eine macht so, der andere macht so und ich habe auch noch eine zweite Form und dann auch mit Farben, die ich allerdings schon mal ausprobiert habe, die ich aber einfach unheimlich toll finde und das in deren neuen Form einfach aussehen wollte und dadurch, genau, ich mische jetzt gerade die ganzen Sachen an und versuche sie dann so reinzugießen, wie es halt ungefähr passt, also ungefähr ist jetzt immer so lapidar gesagt, man hat natürlich nur bedingt Einfluss aufs Epoxidat und dadurch habe ich dann für mich so ein bisschen entschieden, wo kommt vielleicht das Orangen, also es gibt ja fünf Farben, die ich habe und zwei Blautöne, einen gelben, einen orangenen und einen grünen und dadurch habe ich es dann halt für mich so ein bisschen entschieden, wie ich es am besten mache und den grünen habe ich unten bei den Füßen mehr gemacht, weil da eben auch das Gras ist, oben logischerweise das Blau mit dem Himmel und genau, also dadurch, aber wie gesagt, ihr seht schon, man sieht diese Farbe gar nicht und es war so ein bisschen crazy irgendwie, ein bisschen merkwürdig da einfach zu gießen, ohne wirklich zu wissen, was kommt da jetzt bei raus, sind da die Farben überhaupt da und genau, also sehr, sehr spannend und noch viel spannender ist ja, dass man wirklich beim Epoxidat immer aufpassen muss, dass man es nicht zu früh rausholt und die Geduld dann immer sehr gefragt ist. Ansonsten, ich kann es nur immer wiederholen, Epoxidat ist mit Vorsicht immer zu arbeiten, das heißt auf jeden Fall Handschuhe, es sollte eine Maske getragen werden, am besten auch immer das Fenster offen haben und es sollte immer ein getrennter Raum sein, es sollten keine Haustiere drin sein und auch dann, wenn es schon gegossen ist und aushärtet, ebenso dann sollte es logischerweise in einem gesonderten Raum gelagert werden und also schaut, dass ihr da gut auf euch aufpasst und genau. Mein Elefant ist fertig, den habe ich zur Seite gelegt, ich habe da immer so ein bisschen meine Technik, wie ich es dann rüber packe, weil ich es einfach so auf dem Tisch nicht liegen lassen kann und habe dann eben meine andere neue Form, das ist so eine Art Schale-Tablett, habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht, nämlich, dass ich die Silikonform nicht vorher nochmal am Rand gegangen bin, musste das dann also beim Gießen eigentlich machen. Ihr werdet es auch gleich sehen, ich habe es nicht rausgeschnitten, ich habe eigentlich fast gar nichts rausgeschnitten, außer eben das anmischen, weil ich einfach der Meinung bin, gemischt habe ich im Video jetzt schon ganz oft und falls ihr da nochmal konkrete Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann versuche ich das beim nächsten Mal mit zu berücksichtigen und ja, bei der Form war mir wichtig, jetzt mal unabhängig davon, dass ich die nochmal ausprobieren wollte, weil ich sie bisher nur mit dem Malen, also dass ich mal mit dem Pinsel in die Formen, die Farben gemalt habe und nicht direkt in das Resin reingemacht habe, wollte ich es einfach nochmal ausprobieren und genau, also das sind die Chameleon-Farben, die halt unglaublich schön schimmern in so vielen unterschiedlichen Farben, da habe ich auch relativ viele Farben, ich konnte mich auch erst nicht entscheiden, weil ich irgendwie das immer relativ spontan so eine größeren Sachen jetzt gemacht hatte und habe mich dann für drei Farben entschieden und habe dann allerdings auch festgestellt, dass ich zu wenig angemischt habe und musste dann nochmal nachmischen, also nicht wundern, da ist so ein kleiner Cut und genau, während ich mische und gieße, möchte ich nochmal vielen herzlichen Dank an die ganzen Abonnenten sagen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und habt ihr Wünsche oder ähnliches, meldet euch gerne, schreibt mir gerne in die Kommentare und ansonsten lasst mir gerne ein Daumen nach oben da oder wer noch kein Abo hat, gerne ein Abo und ich freue mich sehr und dadurch ist das für mich immer ein ganz großes Danke halt auch von euch, dass ihr die Videos halt schaut und dadurch, da ich es halt als Hobby mache und nicht beruflich, sind natürlich manche Sachen einfach anders als jetzt vielleicht bei anderen YouTubern, die das hochladen, die das hauptberuflich machen. Für mich ist es aber vollkommen okay, erstens schaffe ich damit auch Erinnerungen für mich, was ich halt schon so anders gemacht habe, was ich ausprobiert habe und sammle da auch meine ersten Eindrücke mit und es ist wie ähnlich, ich lade ja auch Musik immer hoch, auch das sind Erinnerungen schaffen, um daran sich erinnern zu dürfen, wie toll doch manche Sachen sind und wie gesagt, also die Musik kommt ja ähnlich, auch immer sonntags so online und da sind so viele unterschiedliche Bands und ja, dementsprechend nicht wundern, wenn also nicht nur Bastelsachen kommen, sondern eben auch die Musik und es sind zwei Leidenschaften, die ich habe, die ich auch durch Corona, also das Basteln ja hauptsächlich durch Corona entwickelt habe, dass ich es halt auch gefilmt habe und genau, die Musik hatte ich vorher schon, da bin ich 2017 so ein bisschen reingekommen, dass ich halt gerne zu kleinen Bars hingehe und mir dort die Live-Musik anschaue. Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt angemischt und habe dort dann eben auch festgestellt, dass die Form, ihr seht das eigentlich auch schon, wenn ihr da so schaut, da ist dieses eine Stückchen ist irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht ganz so schön jetzt gewesen, nicht so ange-, nicht so, dass man wirklich gießen kann und dementsprechend, ja. Ja, ich habe mich für Blau, Rot und so ein, noch ein anderem Rot entschieden und ich finde die Farben toll. Also, falls ihr eine Chance habt, probiert sie gerne aus. Sie schimmern so unglaublich schön und ich habe es nicht bereut. Falls ihr übrigens im Hintergrund immer ein paar Geräusche hört, ich habe diesmal das Fenster offen gelassen, als ich nachvertont habe und dadurch lasst euch nicht beirren. Es ist okay. Es sind nur die Vögel oder vielleicht auch mal ein Tatütata-Auto oder was auch immer. Je nachdem, was draußen auf den Straßen so los ist. So, hier knubbel ich das jetzt ab. Ich dachte auch, na, so ein Mist hätte ich ja auch mal vorher gucken können. Aber gut, wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich konnte es nicht ändern. Passiert. Hat jetzt aber an dem Ergebnis nicht irgendwie Schaden genommen, dass ich es nicht gemacht hatte. Und genau, also jetzt habe ich dann auch noch das Blau und da merke ich dann schon, dass ich es nicht mehr so gut ist. Und ich habe noch nicht ganz groß gegossen. Ich werde bestimmt demnächst auch nochmal, ich habe noch andere Formen, die ich gerne ausprobieren möchte. Und muss dann schauen, wann ich es hochlade. Und das einfach, weil da auch Geschenke drin sind dann in dem Video, wenn ich es ausprobiere. Und hoffe, dass ich noch so lange warten kann, weil die Geschenke werden erst später verschenkt. Und ich weiß, dass ab und an zumindest der Beschenkte, die Beschenkte auch die Videos schauen. Und dadurch möchte ich da kein Risiko eingehen. Und ja. Ich habe jetzt übrigens zum Teil, ich habe ja die Becher genommen, wo auch die nachtleuchtende Farbe drin war. und dementsprechend habe ich dann auch nochmal geschaut, dass halt auch nichts verloren geht. Und ja. Aber es hat, wie gesagt, nicht gereicht und habe dann also nochmal neu angemischt. Wie gesagt, ihr müsst gut durchmischen. Ihr habt dort einfach, dass das transparent wieder sein soll. Und ich hatte vereinzelt jetzt ein paar Bläschen drin. Die habe ich übrigens später dann mit dem Feuerzeug weggemacht. Auch da bitte aufpassen, nicht, dass ihr euch die Silikonform kaputt macht. Das wäre schade drum. Und also nicht zu dolle daran gehen. Aber es macht gut die Bläschen weg, wenn man da schnell über die Oberfläche geht. Ihr seht das dann auch schon, wie diese Bläschen dann da so verschwinden. Also ist das eine gute Möglichkeit. Und ja. Ich habe jetzt hier dann, weil ich ja sowieso nochmal nachgemischt hatte, dann nochmal nach einer anderen Farbe gesucht, die ich dann dort nochmal reingemacht habe. und damit da einfach so viel Abwechslung, wie gesagt, dieses, wenn ich es nachher auspacke, ich liebe dieses Glänzen, was dann da drin ist. Ich muss nochmal schauen, dass ich es tatsache beim nächsten Mal nochmal ein klitzekleines Bewusstsein, kleines bisschen bewusster gieße. Aber das war für mich auf jeden Fall erstmal eine echt schöne Erfahrung. Jetzt einfach auch, wie wirkt die Form, wie wirken die Farben, wenn man sie direkt ins Resinen reingießt. Wie gesagt, wer sich an die anderen Videos dran erinnert, da hatte ich die Farben schon mal genommen, als ich mit der Frischhaltefolie gearbeitet habe. Und dadurch ist es für mich jetzt einfach was Schönes gewesen, das einfach nochmal rein zu mischen und zu schauen, wie die dann wirken. Und genau, also probiert euch da gerne aus. Ich kann die Farben nur empfehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch bei Amazon gibt, aber die gibt es bestimmt auch woanders. Ansonsten, wenn ich sie finde, nochmal kann ich sie euch gerne verlinken. Wie gesagt, ich mag sie sehr und freue mich da, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich sie gekauft habe. Ja, das Weiß, beziehungsweise das Glitzer, das seht ihr nicht ganz so schön. jetzt hier im Video, aber nachher, wenn ich es aufpacke, dann seht ihr das. Ich packe es auf jeden Fall mit euch zusammen, dass ihr die Ergebnisse nochmal seht. Auch das Nachtleuchten, da gehe ich mit euch zusammen ins Bad und zeige euch das dann und ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen, wie es gleich aussieht. So, hier ist das Ergebnis. da ist mir irgendwie ein kleiner Schnipsel liegen geblieben. Ihr seht schon, ich finde das echt schön, also auch dieses, dass nicht alles mit Farbe ist, das ist aber Geschmackssache und es sieht wunderschön aus. Ja, und hier ist der Elefant und ich verabschiede mich auch schon, während ich euch ins Dunkel trage und hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag jetzt und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und hier ist auf jeden Fall der leuchtende Elefant und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.